Schönen guten Morgen, ich hoffe, Sie haben sich gut erholt. Guten Morgen. Alles Gute. Ich hoffe, Sie haben sich gut entdeckt. Gab es denn jetzt im Nachhinein noch Fragen zu gestern oder gibt es noch Fragen zu gestern? Wenn es jetzt Fragen gibt, dann habe ich noch ein Material. Dann würde ich folgendes vorstellen, dass wir uns eben heute mit dem Thema Traumakonfrontation beschäftigen und dann ganz am Schluss noch ein bisschen zum Thema Integration. Ich würde sagen, dass wir jetzt heute mit dem Thema Konfrontation und Traumakonfrontation und Traumakonfrontation und Traumakonfrontation und Traumakonfrontation und Traumakonfrontation. Thema Integration. Ja, wir schauen uns schon weiter. Einfach. A ... Ich würde noch sagen, wenn ich jetzt einen Griff aufs Handy. Ich würde mich hierher schauschen. Ja, das ist bei einfach. Nein, also, ich glaube, ich darf mich. Ich würde mich immer schon fragen. Nein, nicht zum Beispiel. Zunächst möchte ich mit Ihnen ein paar Voraussetzungen besprechen. Wann kann ich überhaupt ein Traumakon-Fondation machen? Es gibt Voraussetzungen, die in äußeren Lebensumständen liegen und die möchte ich jetzt hier kurz aufzählen. Es sollte keine Traumakon-Fondation stattfinden, wenn die Patientin immer noch Kontakt mit den Tätern hat. Es ist so, dass im Rahmen einer Traumakon-Therapie die Patienten lernen weniger zu dissoziieren. Das heißt, wenn eine Patientin weiterhin Täterkontakt hat, dissoziiert sie, um sich zu schützen. Diese Möglichkeit nehmen Sie ihr durch die Traumakon-Therapie und dadurch kann sich die Patientin noch weniger schützen vor dem Täter. Im Rahmen der Therapie lernt sie weniger zu dissoziieren und dann kann sie sich ja gar nicht mehr schützen. Wenn der Klient in der Therapie lernt, dann wird sie weniger zu dissoziieren. Und wenn er dann in Kontakt mit dem Schwierig, dann wird sie weniger zu schützen. Etwas anderes, auch wenn sie zum Beispiel Traumakon-Therapie mit ausländischen Mitbürgern machen. Und da ist zum Beispiel der Aufenthaltsstatus noch ungeklärt, dann wäre das ein Kriterium, diese Traumakon-Therapie jetzt noch nicht zu machen, sondern nur zu stabilisieren. Weil... Kannst du kurz mal etwas? Es geht auch um die Ausländer, weil sie ihre Aufenthaltsstatus in Deutschland. Ja, oder in Akronien. Okay. Wenn sie ihre Aufenthaltsstatus in irgendeiner Stabilisierung, in der sie jetzt befinden, dann müssen wir mit ihnen nur in der Stabilisierung arbeiten. Weil, stellen Sie sich vor, der Ausländer wird abgeschoben, mitten in der Traumakon-Therapie, dann kann es sehr belastend sein, ihn noch weiter zurückwerfen. Ja. Kannst du mir vorstellen, wenn ein Anderländer noch mehr ausländischen Traumakon-Therapien ausländischen Traumakon-Therapien ausländischen Traumakon-Therapien, dann kann es noch weiter zurückkommen. Ja. Es wird noch mehr Traumakon-Therapien, wenn er wieder zurückkommt und er wieder zurückkommt. Außerdem sollte keine Traumakon-Therapie stattfinden, wenn der Patient keinen festen Wohnsitz hat. Also Traumakon-Therapie und dazu. Genau. Ein weiteres Kriterium ist, es darf keine finanzielle Abhängigkeit mehr vom Täter bestehen. Ein weiteres Kriterium ist, es darf keine finanzielle Abhängigkeit mehr vom Täter. Häufig sind Frauen, die traumatisiert sind, wurden durch ihren Ehemann traumatisiert. Und da besteht häufig nur eine finanzielle Abhängigkeit. Das darf nicht sein. Ja. Ja. Ein weiteres Kriterium ist, es darf nicht sein. Es darf nicht sein. Es darf nicht sein. Im Rahmen einer Traumakon-Therapie entwickeln die Patienten Ärger gegen den Täter. Und wenn die aber noch finanziell abhängig sind, dann ist das ein Widerspruch. Ja. Wenn die Traumakon-Therapie läuft, dann wird der Patient erleichtert ein Gefühl, dass sie sich gegen den Täter befinden. Und wenn er selbstverständlich ist, dann wird das ein Widerspruch. Ja. Ich habe viel mit Frauen, die sexuellen Gewalt erlebt haben. Viele von ihnen sind Prostituierte. Ja. Ich arbeite mit Frauen, die mit sexuellen Gewalt verhindern. Ja. Das darf auch nicht sein, weil auch das retraumatisierend sein kann. Und das muss auch nicht sein, weil es sie auch nicht geträumt werden muss. Ja. Eine andere Sache ist, dass Patienten nicht akut von Kündigung bedroht sein sollen, weil es zu destabilisierend ist. Ja. 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 Ja, ja. Auch sollten sie nicht hoch verschuldet sein. Außerdem sollte auch keine Konfrontation stattfinden, wenn absolut kein soziales Netz, keine Freunde, keine Familie vorhanden. Nächste Frage. Gute Frage, das ist der Idealfall, es ist nicht immer so möglich. Häufig ist es so, dass Dinge, die in den Lehrbüchern stehen, nicht mit der Realität übereinstimmen. Es geht darum, es abzuwählen. Das sind sehr klare Regeln, die aber in einem oder anderen Fall abhängig von ihrer therapeutischen Erfahrung abzuwählen sind. Prioritäten müssen sie selber setzen. Wenn Sie zum Beispiel glauben, also wenn zum Beispiel jemand hoch verschuldet ist, Sie aber glauben, der bleibt auch während der Traumakonfrontation trotzdem stabil, dann kann die Traumakonfrontation stattfinden. Wenn der Klient sehr viel verabschiedet hat, aber Sie wissen, dass er die Traumakonfrontation mit der Traumakonfrontation hat, dann kann sie auch verabschieden. Kommen wir zu den Voraussetzungen, die in Patienten liegen. Der Patient darf nicht suchtmittelabhängig sein. Das müssen Sie in der Anamnese abklären. Das betrifft sowohl Drogen, als auch Alkohol, als auch Benzodiazepine. Wenn die Anamnese abklären machen, dann f kang Auf nachher standen, ihn zu den Mundpart. Hat denisher sich noch etwas... Das ist ein Traumagonsum, das ist ein Traumagonsum. Das ist ein Traumagonsum. Das ist ein Traumagonsum, das ist ein Traumagonsum, das ist ein Traumagonsum. Das ist ein Traumagonsum, das ist ein Traumagonsum. Das ist ein Traumagonsum, das ist ein Traumagonsum. Ein anderes Kriterium ist, ein Patient sollte nicht einen Großteil seiner Zeit mit Zwangsritualen verbringen. Das ist ein Traumagonsum. Das ist eine Traumagonsum, die vorliegen kann. Das ist ein Traumagonsum, das ist ein Traumagonsum. Es ist wichtig, dass Sie keine Traumakonfrontation machen, wenn ein Patient ständig übermüdet ist. Das ist ein Traumagonsum, wenn ein Traumagonsum ist, wenn ein Traumagonsum ist. Das ist ein Traumagonsum, das ist ein Traumagonsum, das ist ein Traumagonsum. Ja, das wird an die Themen, wenn ein Traumagonsum nicht normalerweise verbreitet werden kann. Das ist ein Traumagonsum. Wenn die Patienten sich gerade trennen, oder wenn sie gerade erfahren haben, dass sie unheilbar krank sind, auch dann sollte keine Traumakonfrontation stattfinden? Wenn ein Traumagonsum ist, wenn ein Traumagonsum ist, wenn ein Traumagonsum ist, dann sollte sie nicht mehr konfrontieren, wenn ein Traumagonsum ist, wenn es ein Traumagonsum ist. Sehr, sehr vorsichtig hier vorgehen und immer sehr eng mit dem behandelnden Psychiater zusammenarbeiten. Und wenn diese psychotischen Schübe erst vor kurzer Zeit waren, auf keinen Fall eine Trauerkonfrontation. Und wenn das nur diese psychotische Bewegung vorbeigeht, dann kann man auch die Konfrontation nicht einfach machen. Und wenn man ein Verwohnt ist? Das ist die Verwohnt. 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 Aber Sie haben nur Arbeit und Geld. Ja, das ist eine gute Frage, das hat etwas damit zu tun, dass ein Patient dann weniger Ressourcen hat, das hat etwas mit dem gestrigen Tag zu tun, dass man erst Ressourcen installiert. Das ist sehr wichtig, weil es geht darum, dass man Ressourcen braucht, wenn es nur Kontakt gibt, ob es nicht mehr ist. Kontakt, Hobbys, Sport. Es geht darum, dass es wie ein Tank, in dem Energie ist und in der Traumakonfrontation wird ganz viel aus diesem Tank genommen und wir müssen etwas wieder in diesen Tank reingehen. Es geht darum, dass es eine große Bucke ist und sie mit einer Energie in der Traumakonfrontation wird. Wenn es eine Konfrontation mit einer Traumakonfrontation wird, sehr viel Energie in der Traumakonfrontation wird. Und deswegen muss man mehr Unterstützung geben. Was hilft nicht? Haben Sie schon etwas von Debriefing gehört? Das war vor fünf bis zehn Jahren ein großes Thema. Man kennt es auch unter dem Begriff Critical Incident, Stress Debriefing. Das hat man vor allen Dingen bei Feuerwehrmännern und Polizisten und Soldaten gemacht. Das hat man vor allen Dingen bei Feuerwehrmännern und Polizisten und Soldaten gemacht. Nach einem Ereignis hat man alle zusammengerufen und die Teilnehmer wurden gebeten über das Geradgeschehen zu sprechen. Also sofort danach? Sofort danach. Nach einem Ereignis haben sie nach Feuerwehrmännern und dann haben sie alle zusammengebracht und dann gab es eine Frage, was passiert ist. Man hat sich dadurch erhofft, dass sich dadurch keine Posttraumatische Belastungsstörung ausbildet, weil die Teilnehmer sofort über das Ereignis sprechen kommen. Es hat sich aber mit den Jahren herausgestellt, dass das eher schädigend ist, weil die Teilnehmer, weil die Patienten retraumatisiert werden, durch das darüber sprechen. Was auch nicht hilft, sind, wenn sie ausschließlich Entspannungsmethoden anwenden. Was auch nicht hilft, wenn sie nur die Methoden anwenden. Denn sie verstärken den Patienten in seinem Vermeidungsverhalten und es ist nicht möglich, das Trauma durchzuarbeiten. Was auch nicht hilft, ist dieses spüren, verbalisieren und entladen von Gefühlen, wie es in der Psychoanalyse üblich ist. Das ist kein Angriff gegen die Psychoanalyse. Das ist kein Angriff gegen die Psychoanalyse. Sondern man braucht mehr Struktur und mehr Stabilisierung in der Traumatherapie als in der Psychoanalyse. Es ist wichtig, dass in der Traumatherapie mehr Struktur und 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 mehr Struktur. Das ist wichtig, dass wenn man nicht inhaltlich ist, wenn man nicht inhaltlich ist, wenn man nicht inhaltlich ist, ist, dass es wirklich nicht inhaltlich ist, wenn man nicht inhaltlich ist, weil man nicht inhaltlich ist, wenn man nicht inhaltlich ist. Aber im Durchschnitt, nach 20 Sitzungen, ist es bei den meisten Patienten möglich mit einer Traumakonsultation. Ich habe aber auch Patienten, die jetzt und schon früher gehabt, bei denen ich bei einer ganzen Traumatherapie nicht konfrontieren muss. Wie viele Sitzungen? 60 Sitzungen? Es gab auch Patienten, mit denen es 60 Sitzungen gab und ich mit ihnen nicht konnte. Gibt es noch Fragen? Gibt es noch Fragen? Dann würde ich gerne mit Ihnen eine Übung machen, die wir gestern nicht mehr geschafft haben. Ich möchte mit Ihnen eine Übung machen, die ich mit Ihnen gemacht habe. Die Nessie Spirale. Sie sind eine Übung machen. Eine Übung machen. Und da geht es darum, eine andere...